So, jo, hey Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video mit Sandro, auch mal wieder am Start. Heute wieder meine Challenge und ja, heute spielen wir mal Need for Speed. Der Crew. Und wer da die bessere Rundenzeit fährt, der hat dann für die Runde gewonnen und keine Ahnung, wie viele Runden es werden. Wie viele Autos sind es? Ich glaube sieben oder acht. Wir machen jedes Auto einmal. Genau. Ja, wird eine lange Challenge, Leute. Aber ja. Auch gut und spannend. Bestimmt. Also gut. Genau. Dann machen wir mal Schnick-Schnack-Schnuck hier. Ja. Also. Schnick-Schnack-Schnuck. Gut. Scheiße. Ich darf ja hier sitzen bleiben. Okay, der Sand fängt an mit dem Ford Mustang. Und 2.000 Helden. Ja. Es wird noch besser, Leute. Also gut. Leute, lynchst's mit weg. Ich will mit dem Auto nie fahren. Alter. Blau ist, ey. Blauer Tacho. Voll geil gemacht. Wie kommt denn die Esche, Kobe? Ach ja. So wie wir uns bei dem Meeting. Ja, ja, ja. Ich mache den Tag. Erstmal einfahren. Das ist nichts. Du kannst jetzt einfahren. Ich muss dann direkt. Jo. Oh, das ging noch klar. Jetzt geht's los, jetzt geht's ab. Ab jetzt zählt seine Runde. Das Auto, das schiebt nicht. Kein Wunder, dass es nur so eine geringe Höchstgeschwindigkeit hat. Ah fuck, Leute, die Kurve war beschissen. Sehr schönes Ding. Ganz geil. Die war sehr schön. Oh fuck, das Auto lässt sich nicht so geil fahren. Nicht, oder? Komm, schau. Ja, aus. Alter, 52 Leute, 52 Sekunden. Das ist trotzdem ganz gut. Wirst du hier, oder? Egal, ich brauche hier. Okay. Alter, wie ist das? Wahnsinn. Ja, deshalb vergessen, die Abkürzung zu nehmen, oder? Vielleicht hilft's mir, ja. Für mich. Du bist so gut. Ich habe die Abkürzung zu nehmen. Nee. Ich habe die Abkürzung zu nehmen. Ich bin so gut. Ich bin so gut. Ich glaube, ich mache die Abkürzung. Ganz klar, Leute, der originale Flankenwolle für diese Runde. Jawolle, 50 Sekunden waren es. Scheiße. Ah, fuck. Ah, perfekt halt, 1-0. Scheiße, Leute. Yes. So, los geht's. Oh, nein. Was ist ab, ihr? Hä? Was ist zu malen? Spiel verlassen, wie jetzt? Ist jetzt die Demo zu Ende, oder was? Ja, aber die war vielleicht schon zu Ende. Ich weiß. Soll ich mal auf Spiel verlassen drücken, einfach und dann neu reingehen? Ja. Und geht? Warte. Oh Gott. Ah, nee, doch nicht. Gutes Wasser mit der Challenge. Leute, das war's mit der Challenge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ganz sicher nicht, nein. Nee, da ist, na, da ist ja gar nichts gelaufen. Jetzt komm, leck mich doch.